Moin Moin, herzlich willkommen zum Bildbesprechungs-Samstag. Mein Name ist Frank Fischer und heute gibt es die lange von euch erwartete Sonderfolge Color Key. Ja, ich bin gespannt, was mich da erwartet und wünsche euch ganz viel Spaß damit. Super schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Frank Fischer, ich bin Fototrainer und Immerhaber der FF-Fotoschule und ich bin ein absoluter Verfechter davon, keine Color Keys zu verwenden, weil ich Color Keys einfach absolut ungeeignet finde, um bestimmte Effekte hervorzukehren. Die richtig guten Color Keys sind verbraucht auf dieser Welt und eigene neue Ideen für Color Keys sind schwer zu finden, aber vielleicht hast ja ausgerechnet du eine gute Idee zum Thema Color Key gehabt und mir ein Bild gesandt. Auf alle Fälle werden alle Color Keys, die eingegangen sind, heute hier auch besprochen. Ich freue mich nur so ein bisschen da drauf, aber wie gesagt, wenn man selber dazu aufruft, darf man sich nicht wundern, wenn ein Bilder gesandt werden. Insofern, alles ist gut. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Video und ich hoffe, wir sehen uns irgendwo demnächst mal auf einem Fotoworkshop oder auf einer Fotoreise. Du weißt es ja wahrscheinlich, ich mache mit meinem Team von 25 Fototrainern reichlich davon oder aber einen Tipp für dich noch, bevor es hier richtig losgeht vielleicht. Am Foto gelernt gibt es ein Video hier auf dem Kanal, das Fortbildungskonzept, immer wieder jährlich neu aufgelegt. Wir gehen jetzt 2018 in die zweite Runde. Du bekommst zwölf Fotos von mir geschickt, jeden Monat eins dazu. Am Anfang des Jahres einen Ringordner, in dem du das einheften kannst. Jeden Monat eine Audiospur mit Informationen zu dem Bild, Hintergrundinformationen, technische Informationen und dazu auch noch ein Begleit-PDF und in aller Regel, nein, was heißt in aller Regel, immer das RAW, was du auch als dann Ausbelichtung geschickt bekommen hast. Insofern würde ich mich freuen, wenn wir uns da nächstes Jahr auch gemeinsam sehen würden. So, jetzt gucken wir die Colorkeys an und dann mal schauen, wie schlimm ich aussehe, wenn das Video hier am Ende ist. Na gut, dann wollen wir mal einen Blick auf das Elend werfen. Foto Nummer 1 ist von der Jacqueline Rommler. Vielen Dank für deine Einsendung, Jacqueline. Und das werde ich bestimmt zum Ende der Folge nicht mehr häufig sagen, weil ich weiß nicht, ob mir da nicht schon die Augen tränen und die Ohren bluten. Ja, also es ist ein klassisches Colorkey. Es ist nämlich nicht teilentsättigt oder irgend sowas, sondern es ist genau eine Farbe übrig geblieben. Die Farbe ist grün, also klassisch Colorkey. Das ist auch gut als Colorkey gemacht. Und die beiden Türme, finde ich, also die Boje im Wasser und der Leuchtturm da am Land, bilden einen ganz tollen Größenkontrast, auch mit den Anglern da in der Mitte. Das gefällt mir wirklich gut. Es braucht das Colorkey nicht für das Foto. Also das Colorkey hat hier keinen echten Mehrwert, bis auf die Tatsache, dass die meisten Leuchttürme nicht, oder das ist, glaube ich, ein Sehzeichen am Ende einer Mole, aber ich weiß nicht genau, wie der Leuchtturm, bis auf die meisten eben nicht grün-weiß sind, sondern rot-weiß. Das ist das Einzige, was ich dem zugutehalten möchte. Ich nehme an, bei der tristen Stimmung, die ich hier ahne, war das schon fast ein Colorkey, bevor du die Sättigung rausgenommen hast. Nicht ganz so gut gefällt mir unten rechts dieser neblige Effekt, der wahrscheinlich über den Dunst-Entfernen-Regler, den du in eine andere Richtung bedient hast, reingezaubert wurde. Aber nicht notwendigerweise ein klassisches Motiv für ein Colorkey, finde ich. Also hier ergibt das Colorkey nur bedingt Sinn. Dann kommen wir zu Foto Nummer 2. Foto Nummer 2 ist von Waltraud Riffel. Und Waltraud hat etwas gemacht, das ist eben kein Colorkey in diesem Fall. Das ist eher eine Teilentsättigung, denn wir haben hinten so eine Leuchtspur von irgendwas, was da durchgefahren ist, die verschiedene Farben hat, nämlich Rot, Orange und auch Lichter, die so ein leichtes Kaltblau beinhalten. Also ich kann nicht erkennen, was da hinten durchgefahren ist. Es ist ja irgendwas Dreieckiges, zumindest sieht es so aus. Oder vielleicht ist es auch geschwankt, während es durchgefahren ist. Egal, das Foto ist insgesamt kein dolles Foto, weil es total unscharf ist, auch total unaufgeräumt. Also das, was jetzt Colorkey ist in diesem Fall, das einzig Farbige, ist genau in der Bildmitte. Aber wie gesagt, hier im Vordergrund steht jede Menge Gerümpel. Und ich kann nicht einen vernünftig scharfen und scharf gestellten Punkt im Bild erkennen, weil es wahrscheinlich so lange belichert ist und dadurch alle Boote geschwankt haben. Und Colorkey hat hier gar keinen Sinn gemacht. Es schließt sich mir überhaupt nicht. Ich hätte niemals ein Colorkey darauf gemacht. Im Gegenteil, ich hätte das Foto gar nicht irgendjemandem geschickt und veröffentlicht, weil es einfach ein richtig schlechtes Foto ist. Aber Colorkey hat sie jetzt auch in keinem Fall gerettet. Maria Gröbel hat hier ein Foto geschickt und das hat im Bildtitel den Namen natürlicher Colorkey im Roten Meer. Ja, Maria, das ist in diesem Fall so, dass es auch kein echtes Colorkey ist, weil wir im Prinzip, wir haben einen sehr farbigen Fisch und welche, die weniger stark farbig sind. Das ist also quasi ein Farbkontrast, hat aber mit einem Colorkey wirklich nichts zu tun. Das ist so von der Natur geschaffen eigentlich auch irgendwie ganz schön. Ich glaube, das liegt am Licht irgendwie. Also da wird auf dem einen einzelnen Fisch ein bisschen anderes Licht sein als auf dem anderen. Aber es ist eben kein Colorkey. Es ist in der Colorkey-Folge gelandet, weil du es so eingesandt hast. Ist kein Colorkey. Dazu müsstest du jetzt quasi alle Farben rausnehmen, außer einen Farbton, der auf dem Fisch ist. Aber mach das bloß nicht. Das macht das Bild in keinem Fall besser, sondern sicherlich eher schlechter. Dann haben wir von Steffen Schlüngel ein Foto. Und zwar sehen wir jetzt erstes mal ein Making-of von dem Colorkey, was er gemacht hat. Und Steffen, ja, schöne Grüße an dich. Du hast ja auch einen YouTube-Kanal, verlinke ich hier nochmal in der Videobeschreibung. Mich beeindruckt als allererstes mal der Aufwand, den du da betrieben hast, um das Foto, was wir nämlich jetzt sehen, zu erstellen. Was mir, was ich mir an dem Foto nicht erschließt, ist, was dieser L-förmige Rahmen dort links im Bild soll, außer dass er Tiefe schaffen soll. Aber ich kann die Bildidee nicht hundertprozentig erkennen, also warum du diese Anordnung so gewählt hast. Hier ist es bei Nanen-Colorkey. Du hast da so einen Punkt vergessen oder so ein paar Töne, so ein paar braunen Töne an dem Stamm, die dann auch noch mit rausgehört hätten, was hier auch tierisch einfach gewesen wäre, indem du einfach dort mit dem Entsättigen-Tool rübergegangen wärst. Aber ich nehme an, das ist sehr wahrscheinlich analog so fotografiert, wie ich es bei dir vermute. Mal ganz kurz gucken, ob wir irgendwas an Exif-Daten sehen können. Und ja, das gefällt mir ganz gut. Nee, das ist digital fotografiert. Ich bin ganz beeindruckt. Ja, gefällt mir trotzdem wirklich gut. Eine irre Arbeit, die du dir gemacht hast, um das Teil hier fertigzustellen und zu fotografieren. Das finde ich ganz beeindruckend. So ein paar Feinheiten gibt es innerhalb des Rahmens, des Vorderen, also der in unsere Richtung zeigt, sind oben rechts und links so ein paar weiße Stellen, die nicht sein hätten müssen. Aber nichtsdestotrotz, ein schickes Foto. Und hier ist das mit dem Color Key fast okay, aufgrund der Tatsache, dass dieser rote Apfel, der da unten liegt, sehr, sehr klein ist und in einem, sagen wir mal, natürlich schwarz-weißen Umfeld doch einen schönen Farbkontrast bieten könnte. Norbert Heiermeier. Ja, Norbert, ich habe dich mehrfach aufgefordert, was zu schicken. Jetzt hast du es auch noch wahr gemacht. Ich habe es befürchtet. Ja, Color Key Shanghai. Ja, was soll ich sagen? Ein Color Key soweit ganz gut gemacht und ich finde das Foto auch nicht so ein ganz schlechtes. Ich finde es auch kein ganz dolles. Ich glaube, man hätte das mit der Spiegelung noch ein bisschen schöner lösen können. Was du gut gelöst hast, ist die Größe von Crystal in der Pfütze. Dort ist sie nämlich genauso groß wie oberhalb der Pfütze. Das ist dem Winkel, in dem du fotografiert hast, geschuldet und das macht es schon besonders und gut. Tja, von der Neon-Werbung, da hinten das rote I love Shanghai Herz. Das braucht kein Mensch. Ich glaube, in einem klassischen Schwarz-Weiß besser. In komplett farbig, wissen wir beide, quietscht es da natürlich ziemlich aufgrund der vielen verschiedenen Farben, die dort herrschen. Aber das rote Herz, naja, es hat ein bisschen so Bull-Charakter, aber mein Thema ist es nicht. Dann haben wir von Norbert noch ein Foto aus Shanghai. Das finde ich schon besser tatsächlich. Also, und jetzt muss ich mich gleich outen. Jetzt finde ich fast, es gibt hier ein Color Key, wo das Color Key so ein kleines bisschen einen Sinn ergibt. Und das hätte ich gar nicht erwartet, weil wir hier natürlich aufgrund der Fremdartigkeit dessen, was wir so sehen an Nüssen und anderem Hülsenfruchtzeug höchstwahrscheinlich, diese gelbe Schaufel natürlich hervorsticht und einem so ein bisschen suggeriert, okay, ich bin das Ding, womit du dich hier bedienst und die Tüte voll machst. Das finde ich gar nicht so ungelungen. Also, ich werde jetzt kein Color Key finden aufgrund des Fotos, aber ich finde das hier bisher die sinnvollste Möglichkeit, das anzuwenden, mal abgesehen von dem falschen Apfelbaum von dem Steffen. Aber das gefällt mir insgesamt ganz gut. Ich finde die Perspektive eine gute. Ich finde es, ja, abgefahren, wie es da aussieht. Du weißt es, dass mir das zusagt. Ja, ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Dann gucken wir jetzt auf das Foto von Manuela Hebgen. Manuela hat hier ein hängendes Fahrrad fotografiert und das Fahrrad hat einen gelben Rahmen und so zwei kleidere gelbe Applikationen in den Felgen. Ja, Foto nicht besonders gut, weil nicht so schöne Perspektive aufgrund des Geländers, was dort rechts so hell ins Bild reinragt und gleichzeitig überhaupt keine Notwendigkeit für Color Key, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser mobile Industrie-Charme an sich schon nicht so richtig farbintensiv war und da hätte es wirklich kein Color Key gebraucht. Das hätte ich höchstwahrscheinlich farbig gelassen. Jedenfalls schließt sich mir das Thema Color Key nicht. Dann hat Manuela noch ein Foto gesandt. Das finde ich auch nicht sinnvoll für einen Color Key. Es ist auch kein echtes, weil zum Beispiel noch Grüntöne in dem Wasser vorhanden sind. Jetzt kommt das Aber, dieser rote Kontrast aus dem roten Schirm und dem roten Pulli von dem Kind. Den finde ich offengestanden ganz gut. Es gibt hier zumindest einen Zusammenhang aus beiden Rottönen, die im Bild sind und das gefällt mir doch tatsächlich einigermaßen. Bildmäßig auch ganz okay, wie die da am Hafenbecken sitzen und sich die beiden höchstwahrscheinlich Erwachsenen dort unterhalten. Finde ich ganz okay. Warum einer einen Schirm hat und die anderen beiden nicht, weißt nur du oder vielleicht du auch nicht. Perspektive nach hinten geht so, dass die so halb in die Boote reinragen. Nicht so richtig gut gelöst. Achim Karrenbauer hat ein Taxi in Chicago fotografiert. Ich habe es gewusst, das ist nur eine Frage der Zeit, bis hier irgendwie so ein Autofoto auftaucht. Mit einem farbigen Fahrzeug. Wollen wir zum Positiven kommen. Guter Mitzieher, gut fotografiert. Gibt es ein Tutorial hier auf dem Kanal, so wie man mitzieht. Gute Belichtungszeit, gut gemacht. Technisch gutes Foto. Color Key vollkommen unnötig. Nicht sinnvoll. Ist auch kein echtes, weil wir auch hier noch eine rote Rückleuchte haben. Es ist eher eine Teilentsättigung. Aber auch ansonsten keine Lösung, die ich gewählt hätte. Ich finde, es hat sich sehr stark abgenutzt. Unter anderem aufgrund der roten Bus-Thematik aus London würde ich mit Fahrzeugen sehr wahrscheinlich, wann immer es geht, versuchen zu vermeiden. So ähnlich wie bei dem Fahrrad an der Wand von der Manuela. Dann haben wir von Bernhard Trenkle mehrere Fotos. Und zwar ist das eine Skulptur am Porsche-Platz in Stuttgart-Zuffenhausen. Und er hat hier mehrere Fotos eingesandt, wo wir sehen können, wie das aussieht. Und zwar zwei, glaube ich, Color Key-Varianten und ein Making-of, wie es auf dem Platz aussieht und wie das Foto aussieht, wenn es aus der Kamera kommt, ohne dass man irgendetwas entsättigt hat. Ja, und dann hast du es nachbearbeitet und die Rückleuchten, wenn ich das richtig deute, auf zwei Fotos entsättigt. Wir gucken uns mal das an. Dieses hier. Ja, das kann man ohne jeden Zweifel so machen. Das ist hier auch gar nicht so ganz schlecht. Das haben wir im Making-of hier quasi gesehen, dass bei tristem Wetter das fast schon entsättigt auch vor Ort aussieht. Mit dem Aber ist wir auch nicht nötig gewesen, denn die kleinen roten Punkte der Rückleuchten gehen eh fast unter im Foto, beziehungsweise auch das Gelb vorne an der Stuhlstange vom Blinker. Da hätte ich sehr, sehr wahrscheinlich drauf verzichtet und das einfach natürlich gelassen. Aber das muss am Ende in diesem Fall jeder selber wissen. Ich finde alleine die Skulptur geil und ich finde das, was du aus ihr gemacht hast, von dem, was ich von dort sehe, ist auch sehr schön gelöst. Gute Umsetzung von dem Motiv, Bernhard. Das hast du wirklich gut gemacht. Heidi Greineisen hat ein Oldtimer-Foto eingesandt und hier auch die Farbe rot übrig gelassen und dann auch noch so einen komischen Bleistift- Strichzeichnung-Effekt drüber gelegt. Ja, das Positive daran ist, hier war bestimmt viel Störendes im Hintergrund. Das ist ein Hauptproblem bei so Auto- und Oldtimer-Treffen, dass die Fahrzeuge dicht beieinander stehen, dass sie meistens irgendwie in einer Veranstaltung eingebettet sind und damit auch der Hintergrund nicht besonders schön ist. Deswegen kann es natürlich helfen, den Fokus auf das Fahrzeug zu legen, indem ich auf den Hintergrund verzichte. Das hier ist puh. Tja, da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist eine Kombination aus einem wirklich nicht für ein Foto günstigen Filter, der aus dem Motiv eine Bleistift-Zeichnung gemacht hat, in Kombination mit einem knallroten Calakie-Fahrzeug. Das hätte ich wirklich so nicht fotografiert und auch so hier nicht gezeigt. Fahrzeug genau in der Bildmitte und eben keine gute Umsetzung, finde ich, wenn du da dran rumgespielt hast, für dich eine Fingerübung war quasi, wie man in Photoshop zu dem Effekt kommt, ist das für mich völlig in Ordnung. Das weiß hier jeder. Jeder kann das nach seinem eigenen Geschmack machen. Ich hätte hier in keinem Fallen Calakie gemacht, weil ich finde, dass das eben viel zu plakativ ist. So, jetzt langsam wird es schlimm, besonders weil wir ja noch lange nicht am Ende sind. Lass mich mal ganz kurz gucken. Wir sind, glaube ich, gerade mal so bei der Hälfte. Dieses Foto hier ist von dem Norbert Zesak und Norbert hat ein Calakie geschickt von so einer Terrasse mit Pool und orangenen Schirmen. Ey, bitte. Ich habe gedacht, es kann nicht schlimmer kommen, aber es wird doch noch schlimmer. Das ist der Klassiker dafür, wo man das in keinem Fall machen sollte, weil es überhaupt keine Story erzählt, warum die Schirme im Oranje, Holland Orange sind. Ist es eine hollerindische Terrasse? Ach nee, kann nicht sein, weil im Hintergrund die Berge so hoch ist in Holland nichts. Also die Bildgeschichte, da gibt es keine Bildgeschichte zu und nicht sinnvoll, hier ein Calakie zu machen. Dann haben wir von Franziska von Appen eine Calakie-Umsetzung, die tatsächlich so ein ganz kleines bisschen spannend ist, weil wir quasi Bronze, eine Bronze-Skulptur sehen, die irgendwo in einer Halle steht und in dieser Bronze-Skulptur hat sie die beiden Menschen, die dort stehen, mit dem Koffer farbig gelassen. Ich glaube, oder ich nehme an, Franziska, das ist wahrscheinlich ein Auswandermuseum in Hamburg, ohne dass ich es weiß. Ich habe keinen blassen Schimmer, aber ich war da noch nie, aber wahrscheinlich, du bist Hamburgerin, das weiß ich ja und wahrscheinlich ist es von da, weil die Geschichte sehe ich da drauf. Kann man so machen, gibt dem Foto auch keinen so richtig großen Mehrwert, außer, dass wir die zweite Figur im Hintergrund besser sehen, als wenn es ein reines Schwarz-Weiß wäre, weil wenn es ein reines Schwarz-Weiß wäre, würde die Figur im Hintergrund relativ untergehen und wir nur hier auf die Vordere gucken. Gleichzeitig hat das Entsättigen natürlich dazu geführt, dass die beiden, die da hinten im Hintergrund auf der Bank sitzen, nicht so leuchten, weil das könnte das rote Jacken-Phänomen sein, irgendjemand sitzt da mit einer hohen Jacke. Nichtsdestotrotz, vielleicht eine der besseren Umsetzungen von Calaki in Form von es ergibt irgendwie halbwegs was Sinnvolles, aber so richtig dolle auch nicht und das, was hier links ins Bild reinragt, in den Vordergrund, das hätte ich auch bei besten Willen nicht gebraucht. André Schäfer hat auch gelbe Taxen geschickt, hurra, hurra. Ja, ich glaube zu gelben Taxen ist fast alles gesagt, ich sage aber noch ein bisschen was zu deinem Foto. Wenn ich das richtig sehe, ist das in der Türkei fotografiert, ohne dass ich es ganz genau weiß. Hier ist sehr viel unscharf, du hast auch eine lange Belichtungszeit genommen, was eigentlich eine gute Idee ist bei fahrenden Fahrzeugen, aber was hier nicht so richtig gelungen ist, weil dadurch eben es so gut wie gar keinen Fokuspunkt gibt, also keinen richtig guten, selbst das Taxi-Schild oben auf dem vorderen Taxi ist unscharf und verwackelt aufgrund der Belichtungszeit. Das hätte ich so in keinem Fall getan und in der Kombination mit Color Key kann das Foto dadurch auch nicht gerettet werden, im Gegenteil, dadurch wird es eher noch schlimmer. Olaf Leiding hat in Schottland einen Rotstar fotografiert und hier haben wir sowas ähnliches wie auf dem gleich ersten Foto von der Jagdine mit dem grünen Leuchtturm und der grünen Boi im Wasser, weil hier haben wir rotes Auto und im Hintergrund so eine rote Stelle hinten auf dem, höchstwahrscheinlich ist es Scheinwerfer vermute ich, also ohne dass ich es ganz genau sagen kann. Ich gucke mal, ob ich da hinzoomen kann und ein bisschen mehr erkenne. Jedenfalls gibt es auch noch ein bisschen Rot und dann gibt es noch ein ganz kleines bisschen Rot unten an so einer Antenne, die hätte ich tatsächlich dann noch entsättigt, weil das Rot aus dem Rotstar und diesen Ding auf dem Dach finde ich eigentlich ganz okay, was den Kontrast betrifft. Trotzdem gilt auch hier höchstwahrscheinlich nicht zwingend notwendig ein Color Key draus zu machen. Auto steht an einer schlechten Stelle, guckt in eine schlechte Richtung, viel zu sehr am Rand, versucht da rauszufahren, da sitzt aber gar kein Fahrer drin, der es fahren könnte. Das heißt, so hätte ich das nicht fotografiert, vom perspektivischen Aufbau weiter nach rechts gehen, ein Stückchen weg gehen und ein bisschen mehr in Fahrtrichtung von dem Auto fotografieren. Kai-Uwe Käser hat ein kleines Pflänzchen, so eine Flechte, Moos oder irgend sowas an einem abgestorbenen Baumstamm fotografiert. Ja, das ist hier ganz gut, weil das Grün schön leuchtet vor dem dunklen Hintergrund. Ich denke mir, fast in Farbe wäre das Grün relativ untergegangen, weil in so einem Wald natürlich der Hintergrund auch grün ist. Ich hätte da trotzdem sehr wahrscheinlich keine Kaladriskie draus gemacht. Ihr wisst es ja, dass ich da eine Abneigung gegen habe. Aber auch das ist eher eins der Besseren hier in dem Fall, weil ich mir vorstellen kann, dass es irgendwie noch einen halbwegigen Sinn ergeben hat, aufgrund der Färbung ansonsten. Foto geht so, schön nach hinten abgedunkelt, also schön knapp auf den Hintergrund belichtet. Trotzdem ziemlich viel Durcheinander im Bild. Sieht ja so ein bisschen aus wie Verschlungen und Natostacheldraht und Zaun und sowas, die ganzen Äste, die im Hintergrund sind. Und diese kleine grüne Pflanze ziemlich Richtung Bildmitte, zumindest mal auf der Vertikalen, da hätte ich eine bessere Position finden wollen an deiner Stelle. Höchstwahrscheinlich hätte ich die grüne Pflanze auch das rechte obere Drittel genommen. Und dann haben wir von Kai-Uwe noch ein Beispiel, nämlich von einem Geparden mit nur mit Farbe versehenen Augen. Nein, 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 nein. Auch so ein Beispiel, wo ich das in keinem Fall gemacht hätte, gefällt mir auch nicht. Finde ich keine logische Lösung für das Thema Entsättigen, weil wie geil sieht die Farbe von dem Leopardenfell aus, korrespondierend mit der Augenfarbe, richtig geil. So ist die aber weg, also nicht sinnhaft. Und noch eins, der Kai-Uwe, der hat hier sich gesagt, okay, komm, ich mache immer richtig viel, das ist eine klassische Teilentsättigung, kein echtes Color Key. Ergibt auch gar keinen Sinn, ich kann nicht mal erkennen, was das ist. Ist das ein Fisch oder irgendwas? Sind das zwei Fische oder ist das ein Krebs? Ah, jetzt sehe ich es. Das ist ein Krebs oder irgendein Schalentier jedenfalls. Und ja, an einer schlechten Stelle im Bild nur halb drauf, in so einem Loch drin, bisschen hell alles belichtet, meiner Meinung nach. Keine gute Lösung, wenn du mich fragst. Dann haben wir etwas, das ist von Heiko Cezanne. Und der Heiko, der hat hier was geschickt. Das finde ich wirklich geil. Und da interessiert mich auch was zur Geschichte zu. Weil der Heiko, der hat etwas gemacht, was wir auch auf Workshops machen, nämlich Tabletop-Action-Fotografie. Da gibt es noch zwei Termine mit mir im Frühjahr in Hamburg. Und hier sehe ich ja, dass das eine Glas gerade zerspringt. Da muss ja irgendwas reinfallen, was das Glas kaputt gemacht hat. Das rechte. Und die anderen beiden haben, wenn ich das richtig sehe, ein Loch. Hast du da durchgeschossen? Und wenn ja, wenn du magst, erzähl mir mal wie. Da hätte ich echtes Interesse dran an der Tatsache, wie das funktioniert. Ich sage auch gerne dazu, dass es von dir kommt. Also es ist in jedem Fall irgendwas mit einem Projektil. Oder wirklich mit einem Kugel drauf geschossen hast oder mit einem Bolzenschussgerät oder einer Nagelpistole, kann ich nicht genau sagen, aber mit irgendwas geschossen. Das beeindruckt mich wirklich sehr. Finde ich ein gutes Foto. Die Entsättigung braucht sie natürlich überhaupt nicht, weil das wird eh entsättigt gewesen sein. Einfach einen schwarzen Hintergrund hinterstellen. Und was an der Entsättigung nicht so richtig schön ist, ist, dass du unten auf dem mittleren Glas noch so einen roten Reflex hast. Ja, der liegt daran, wie ihr entsättigt. Wenn ihr es so macht, wie ich es gezeigt habe, nämlich einfach nur in Lightroom alle Farben rausdrehen, außer dem Rotkanal, dann bleiben natürlich rote Stellen zurück. in der Luft, aber die hätte ich natürlich im Nachhinein trotzdem dann weggenommen, weil die stören das Ganze natürlich massiv. Hans Nater hat ein Streetfoto geschickt, also erstmal schönes Streetfoto, schön nah im Geschehen, alles soweit gut, auch nicht richtig scharf, wenn ich hier so hingucke, was für Emotionen auf Streetfotos nicht immer wesentlich ist, das ist so ein Genre, da muss nicht immer alles scharf sein, halb so wild. Die Orange als einzig buntes, nee, 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 gefällt mir nicht, ergibt für mich keinen Sinn und hätte ich so auch nicht gemacht. Dann haben wir von dem Hans noch eins, das ist so ähnlich, wenn man ganz ehrlich ist, weil auch hier Himmelblau und höchstwahrscheinlich dadurch die Silos auch ziemlich bläulich aufgrund der Reflexion und dann da oben so eine Pumpe in Knallrot, das hätte ich wirklich so nicht fotografiert, also fotografiert vielleicht schon, aber nicht teilentsättigt, beziehungsweise in diesem Fall ein echtes Calakty draus gemacht, weil es einfach, ja, was soll das? Also die Konzentration sollte hier nicht auf der Pumpe liegen. Was ist denn hier das Motiv? Und wenn die Pumpe hier das Motiv sein sollte, dann ist sie verdammt klein. Der Pumpenhersteller wird sich wahrscheinlich auch gar nicht freuen, weil man die Pumpe nicht erkennen kann. In der Gesamtansicht, jetzt zoome ich nochmal ein bisschen rein, um zu gucken, was das überhaupt ist, vielleicht ist auch nur so ein Druckbehälter oder irgendwas. Keine Ahnung, was das da oben ist, auf alle Fälle hätte ich das hier in keinem Fall zu einem Calakty verarbeitet. Trägt zur Bildstory meiner Meinung nach nicht bei. Holger Slughuis hat hier ein Bild eingesandt und das trägt dem Bildtitel die letzte Aufrechte im Kampf wieder den Grauschleier. Ja, naja, selbst mit dem Bildtitel kann ich dem Bild kaum was abgewinnen. Ja, das ist ein Foto von ein paar Wäscheklammern. Ja, da ist eine Wäscheklammer farbig und die anderen sind entsättigt. Und ja, es ist einer von den beiden, die im Bild scharf sind oder von den dreien. Ja, es ist nicht die, die genau im Fokus liegt, weil Fokus fällt in der Mitte. Der Fokus liegt ein klein bisschen dahinter, nämlich auf der dunklen Wäscheklammer, die so ein bisschen vorsteht. Nein, da hätte ich keine Calakty-Lösung zu gewählt, weil es einfach unnötig ist. Marc Seidler, da sind wir wieder Rio de Janeiro, gelber Käfer, ich glaube, alles gesagt, Bildaufbau geht so ziemlich von oben runter fotografiert. Dadurch wird die Schräglage des Käfers noch schlimmer auf dem Kahnstein, sodass es aussieht, jetzt wird er umkippen. Licht nicht besonders schön insgesamt im Foto. Es kippt alles insgesamt nach hinten, was das Haus betrifft, kein gutes Bild. Und der Thomas Rohloff, der möchte mir auch noch hier schön einen reinpulen. Ja, Thomas, wir kennen uns hier sogar persönlich. Auch das ist ein echtes Calaki. Auch das ist auf einer Veranstaltung fotografiert. Ich weiß, dass du Fotograf von Autos auf Veranstaltungen bist. Auch das hat den Rest gerettet, weil sonst viel drumherum war. Warum muss das Auto ganz raus, dann gehen wir näher ran, sodass du eben nur einen Ausschnitt des Autos siehst und dann den da hinten auf dem Auto rechts, hinter dem, was hier parkt und was du fotografiert hast, noch was fotografiert, nicht drauf ist und die Tanten, die da von links ins Bild reinlaufen, auch nicht. Also anderen Bildausschnitt wählen, aber es bedarf keines Calakys. Und wie gesagt, Calaki-Fahrzeug ist mir auch einfach viel zu ausgelutscht. Foto an sich ein ganz gutes, gute Perspektive, aber mit Autofotografie kennst du dich aus, ich weiß. Vielleicht machen wir mal eine Sonderfolge. Dann haben wir von Markus Schultheiß ein Foto von einer Eisenbahn, das kommt so gleich nach den Autos, also auf der Rangliste der Motive, die per se bei mir schon mal durchfallen, ist quasi Fahrzeug ja allumfassend, aber Auto ganz besonders und Eisenbahn kommt wie Fahrrad gleich dahinter. Ja, was soll mir das sagen? Also was soll mir generell das ganze Foto sagen? Da fängt es schon mit an. Aber was soll mir auch diese Eisenbahn in Gelb sagen? Das Gelb sorgt hier in diesem Fall tatsächlich dafür, dass die Eisenbahn deutlich frischer aussieht, als sie ist, denn es ist ja ganz offensichtlich eine Lokomotive, die auf einem Lost Place oder Ähnlichem steht, also außer Betrieb ist und auch ziemlich runtergerockt und runtergeranzt. Dann bräuchte ich das Gelb erst recht nicht, denn das suggeriert natürlich auch so ein ganz kleines bisschen Strahlkraft neu. Nett. Man glaubt es nicht, selbst der Helmut Minden hat ein Foto eingesandt. Schöne Grüße auch an dich, Helmut. Ja, ich kenne das Motiv und das Bild ja schon. Was soll ich sagen? Ja, ich weiß natürlich, wie es vor Ort ausgesehen hat. Es war ja ein trister Tag und es war eher so ein bisschen trübe. Ich kann die Intention, daraus ein Color Key zu machen, schon verstehen und ich finde die Linienführung der roten Laternen auch gut. Und insgesamt ist das Bild auch okay. Die Vignette, die du noch von unten so reingeballert hast, von unten rechts insbesondere, die finde ich auch, kann man hier gut machen. Ob es jetzt wirklich ein Color Key sein muss, weiß ich nicht, aufgrund der Blickführung, der Linienführung ist das hier schon noch irgendwie so halbwegs plausibel. Aber ich bin jetzt natürlich auch schon ein bisschen abgestraft so in der letzten halben Stunde und insofern, ich glaube nicht, dass jetzt noch irgendein Motiv kommt, was mich so richtig begeistert. Und das gilt hier auch gleich für das Bild von dem Stefan Wolf. Das ist irgendein Tunnel in München, wie ich lesen kann. Und ja, das ist als Color Key ja kaum zu erkennen. Insofern, das würde ich jetzt mal fast sagen, geht vielleicht sogar noch als ganz normale Aufnahme durch, weil, einmal als Schwarz-Weiß-Aufnahme, weil das Color Key kann man ja kaum da hinten sehen. Also die Lichtspuren, die dort eingebracht sind, die sind ja eher marginal. Naja, aber wie gesagt, es gilt so ähnlich, ob das nun wirklich notwendig gewesen ist, daraus ein Color Key zu machen. Ich wage es zu bezweifeln. Und dann haben wir hier noch ein Bild von dem Sebastian Westerfeld. Und Sebastian, der hat ein Foto geschickt von Helgoland. Ja, das ist jetzt wieder klassischerweise überhaupt kein Color Key. Ist gerade mal teilentsättigt und das auch auf eine ganz üble Art und Weise, weil die obere Hälfte des Bildes ist farbig. Und in der unteren Hälfte haben wir jetzt ein blaues Color Key. Ich dachte wirklich, es geht nicht mehr schlimmer. Aber naja, man soll's. Die Geister, die ich rief, ich habe selber dazu aufgefordert, mir solche Dinge zu schicken. Aber das ist so ein klassisches Beispiel. So eine Bearbeitung würde ich niemals machen und finde ich auch ganz, ganz gruselig und scheußlich und ergibt für mich auch gar keinen Sinn. Finn Schreiber hat hier ein Cana Key für Frank geschickt, wie ich ihn betreffend lesen kann. Ja, das, pass auf, das ist erstmal geometrisch und grafisch ein gutes Foto, weil wir eine schöne Dreieckskonstellation haben mit drei Objekten, die im Foto sind. Das finde ich erstmal eine gute Sache. Ich finde auch in diesem Fall, dass die unterschiedliche Farbigkeit der Blätter dem Bild total hilft. Die hätte ich mir natürlich natürlich gewünscht. Also zwei gelbe, ein rotes würde mir viel besser noch gefallen als zwei schwarz-weiß, also in diesem Fall graue und ein rotes. Aber nichtsdestotrotz ist das so von der Idee hier auch eher bei denen, die besser umgesetzt sind, anzusiedeln, muss man ganz klar sagen. Besonders grafisch finde ich das gut gemacht. Ich weiß nicht, ob du die Bildette arrangiert hast, kannst du ja vielleicht nochmal hier in die Anmerkung schreiben, wenn du das gemacht hast, hast du sie gut arrangiert. Das letzte Foto, ich nehme die Folge hier diesmal auf, vier Tage bevor die Sendung live geht. Das heißt, also alles, was bis jetzt eingesandt war, ist ja auch gelandet, ist von dem Jörn Bellersen, eine Spinne, die eine Fliege zerlegt in einem Spinnennetz als Kalaki. Schlechte Stelle für die Spinne, schlechte Stelle für die Fliege, die hat es auch schon gemerkt, dass es eine schlechte Stelle war, wo sie dahin geflogen ist. Aber ich meine auch im Bildaufbau schlechte Stellen. Nicht schön, dass wir auf die Spinne aus einem schlechten Winkel drauf gucken. Also da würde man natürlich erwarten, dass wir in einem besseren Winkel da drauf gucken können. Denke ich, die Schärfe liegt auch nicht so optimal auf der Spinne, sondern so ein kleines bisschen daneben, was vielleicht auch daran liegen mag, dass es sehr offenblendig fotografiert ist. Jetzt gucken wir nochmal rüber für die, kann ich nicht sehen, keine Exif-Daten mitgeschickt. Und die Entsättigung, also das Kalaki, hätte ich hier nicht gemacht und ergibt für mich auch keinen Sinn, gerade bei Naturaufnahmen, bei Landschaftsaufnahmen, bei Tieraufnahmen, würde ich es auch tendenziell eher versuchen zu vermeiden. Ja, Video zu Ende. Frank ziemlich am Ende, wundert mich auch nicht so richtig. Es war doch anstrengender, als ich dachte und manches war auch wirklich schlimm, weil eben Kalaki ein Effekt ist, den man sehr sparsam und dezent und dann gezielt da, wo es passt, einordnen sollte. Ihr habt vielleicht auch meine Meinung im Rahmen dieses Videos ganz gut sehen können. Es gab ja durchaus ein paar, wo ich gesagt habe, okay, das passt so halbwegs noch für mich insgesamt, aber auch viel Schreckliches dabei. Wie auch immer, das ist jetzt abgehakt. Ich glaube nicht, dass es so eine Sonderfolge nochmal geben wird. Ich wünsche dir eine ganz gute Zeit, schönen zweiten Advent und immer schön rein denken. Wir zwei, wir sehen uns wieder.